Wochenhoroskop für die Majestätischen Löwen vom 4.12. bis 10.12. Hallo liebe Löwen, es ist an der Zeit, in eurem Reich etwas aufzuräumen. Hier ein Blick auf die königlichen Konstellationen. Günstige Sterne sind die Sonne im Treigen und Mars ebenfalls im Treigen. Auf der eher kritischen Seite gibt's eine kleine Konfrontation mit Uranus im Quadrat, Jupiter im Quadrat und Venus im Quadrat. Diese Woche geben euch Sonne und Mars klare Anweisungen. Bringt ein bisschen mehr Ordnung in euer königliches Leben, liebe Löwen. Die beiden, im Treigen zu eurem Zeichen, meinen es nur gut mit euch. Es gibt einiges zu erledigen, was vielleicht liegen geblieben ist. Klar, Überwindung ist gefragt, aber danach werdet ihr euch fühlen, als wäre der Weg für neue Löwenabenteuer wieder frei. Diese Woche steht Venus im Quadrat zu eurem Sternzeichen, und das kann schon mal für Gegenwind sorgen. Passt auf, dass ihr die Realität nicht aus den Augen verliert. Sonne und Mars helfen euch, wenn ihr mal nicht weiter wisst, und bringen alles wieder in die richtige Richtung. Aber passt auf, dass ihr euch nicht zu sehr verzettelt, liebe Löwen. Du Tag, der ist die journey. 1. 10. Vielen Dank.